Als Ausgleich die Balance zwischen der Arbeit und der Freizeit zu finden. Etwas auszuprobieren, das man noch nie gemacht hat. Die Neugier, irgendwo dieser gerecht zu werden und dem nachzugehen. Wieder draufstehen, noch einmal von vorne anfangen und mein Potenzial auszuschöpfen. Wenn man dann stolz ist auf das, was man gelernt hat. Mich völlig auf eine Sache konzentrieren, mich frei fühlen, mich im Hier und Jetzt befinden und eine gute Balance zum Alltag. Das ist etwas Neues lernen für mich. Das ist etwas Neues. Das ist eine gute Balance. 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 Das ist eine gute Balance.